Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo und ganz herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Lebensmittelfarbstoffe. Auf diesem Bild sieht man sofort. Das ist frisches Rindfleisch. Woran erkennt man das? Die Antwort liefert dieses Foto. Das rote Fleisch rechts ist noch leidlich frisch. Links seht ihr graues Fleisch. Das ist schon nicht mehr frisch. Warum? Muskelfleisch enthält den Sauerstofftransporter Myoglobin. Das ist ein Protein, in dem Eisen-2-Ionen komplex gebunden sind. An der Luft werden die Ionen Fe2-plus zu Fe3-plus oxidiert. Der vormals rote Komplex wird grau. So, welches Fleisch würdet ihr lieber essen? Das graue oder das rote? Ganz klar. Das Auge ist mit. Farblose Süßspeisen werden schlechter angenommen als farbige. Blautöne bilden dagegen eine Ausnahme, denn der Mensch empfindet sie als unnatürlich. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen. Flöten Know Vielen Dank.